Hallo und willkommen zurück bei lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. Ja, wir sind auf der letzten Map, sind dabei vorzupreschen in die gegnerischen Gefilde. Oh, hier unten können auch immer noch die Gottesanbieterinnen spawnen und eiserne und so weiter. Wir wollen aber erst einmal hier den Giftspucker wegkriegen, damit wir den Knochenterror wegmachen können. Und die Lager der Gehäuteten. Ich vermute mal, dass wir in dieser Aufnahmesession sogar schon fertig werden könnten. Auf mein Kommando! Für die Freiheit! Ganz ehrlich, die machen ein bisschen wenig Schaden teilweise. Die Belagerungseinheiten. So, soweit ich weiß, haben wir noch ein Upgrade für... Tod und Verzweiflung treiben euch. Euer Blut wird in Boden brengen. Auf mein Zeichen! Vorwärts! Okay, unser Ramee wächst ins Unermessliche. Euer Blut wird in Boden brengen. Zu den Waffen! Für die Ehre! Tote Feinden! Hier ist übrigens noch ein Knochenterror. Hier oben sind zwei von der Sorte. Nein, Balsamira, also der Bubi ist auch noch hier übrig geblieben. In die Schlacht! Gebt euren Befehl! Der Tod, endlich! Auf meinem Befehl! Verteidigt euch! Zum Angreif! Tod und Verzweiflung treiben euch! Ja, gegen so viel Feuerkraft hat der Knochenterror dann aber auch keine Chance. Auf meinem Befehl! So, dann holen wir uns die Monumente hier oben. Folgt mir! Folgt mir! Bringen wir es zu Ende! Euer Blut wird in Boden brengen. Nein, ihr werdet alle sterben. Tod den Feinden! Die Linien dürfen nicht brechen! Und los! Lasst uns kämpfen! Noch habt ihr keine Möglichkeit, die ihr vor Wurste zu beklagen. Alle sterben! Für die Ehre! Ein Gegenangriff! Euer Blut wird in Boden drängen. So, die Monumente können wir besitzen. Jetzt machen wir als erstes hier... Alles klar. Die zwei Nachtmahre weg. Und alles. Weil ab hier fängt dann der richtige Knochentempel an. Also da, wo die eisernen hausen. Er steht hier rum. Unser Irrfett ist da oben. Mit Sicherheit. Auf mein Kommando! Bringen wir es zu Ende! Gibt's eigentlich irgendwo doch Lenia, was ich sammeln könnte? Eher nicht, aber ich hab ja auch genug Lenia. Oh, Nachtmahre. Das ist nicht gut. Tote in Feinden! Bereits! Mir nach! In die Schlacht! Die meinen es ernst! Für den Clan! Wir verlieren Bratter. Wir verlieren Veteranen. Haben ein Havoc verloren. Okay. Ein Gegenangriff! Lohr wird uns reichen! Nicht zurückweifen! Tote in Feinden! Clanbrüder zu mir! Ein ehrloser Hinterhalt! Okay, die Dachbarriels sind halt aber auch garstig. Lohr wird uns reichen! Clanbrüder zu mir! Zurück mit euch! Gebt euren Befehl! Nicht zurückweifen! Necromat brauche ich nicht. Keinen neuen mir holen. Aber... Hier... Weitere Veteranen. Also ich hab einen Necromaten verloren. Das heißt, ich brauch noch vier neue Veteranen. Auf meinem Befehl. Schnell! Mir nach! Und hier ist die Insel der Entwickler. Wo nachher Flinkbeck Winter sterben wird. Bereit! Und bloß! Oh, und ich habe genug Nahrung, um das letzte Upgrade zu machen. Also noch mal fünf Veteranen. Und fünf Helvogs. Bitte. Ich habe hier Blut! So... Hier ist auch noch mal der Haltemum hier unterwegs. Dann jeweils ein Arbeiter, damit sie mir hier draußen neue... Ist was? Keine Last! Hier von den Stellen. Dafür reicht jeweils ein Arbeiter. Dauert zwar ein bisschen länger, aber wir müssen eh bis Mitternacht warten. Bis wir unseren Necromanten hier irgendwann wieder zurückkriegen. Ich rieche Blut! Zu den Waffen! Wir sind der Tod! Was liegt an? So, Brantel. Für die Ehre. Für die Macht Nors. So, du baust doch so weit auf. Hopp, hopp. Scheint, dass andere Arbeiter nicht helfen können. Keine Last! Das heißt... Du... Weg! Weg! Dich brauchen wir nicht mehr. Hol uns... Solange soll... Wildschweine... Verbesserung ist fertiggestellt. Verbesserung ist fertiggestellt. Für den Clan. Ich rieche Blut! Ich rieche Blut! So, ihr folgt dem mächtigen Org-Titan. Bald steht unser Dekobat wieder auf, dann können wir weiterziehen. Yay! Meister! Das Gebäude ist fertig! Ich bin unwürdig! So, du wirst leider auch nicht mehr gebraucht. Das heißt leider, du wirst einfach nicht mehr gebraucht. So, dieses Mal mache ich es anders. Dieses Mal werde ich... erst den vorderen Bereich des Tempels clearn und dann mit dem Affen reden. Damit er mir das Tor öffnet, dass wir den vorderen Bereich schon mal clear haben. Gebt euren Befehl! So. Für die Ehre! Auf mein Treffen! Lassen wir sie nicht warten! Tja, wen auch immer du noch warten willst, es sind alle... Kämpft! Ja! Auf mein Kommandos! Folgt mir! Zum Angreif! so ist da zwei große knochen terrors verteidigt euch verteidigt euch und da sind jede menge auf meinem befehl folgt mir schworde einheiten vorwärts na der einbein samira hat keine chance gegen so viel magische feuerkraft ja vorwärts sofort schnell auf mein kommando vorwärts folgt mir schnell ruhm und ehre aber doch der alte bub hier stimmt die habe ich ja voll schon gesehen ihr werdet alle sterben ihr werdet alle sterben